So soll das neue Quartier auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen aussehen. Entschlang der Uferpromenade am Langen See werden ab Herbst 2019 unter anderem 150 Wohnungen gebaut. Auf insgesamt 7.000 Quadratmetern entstehen zudem Büros und Gastronomie. Aus acht eingereichten Vorschlägen wurde das Modell von Architekt Gerhard Wittfeld aus Aachen ausgewählt. Dafür investiert die Baugesellschaft 100 Millionen Euro.